Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana. Wir sind jetzt hier gerade vom Imperium durch die Südstadt, dann zur Nordstadt, in diese Ruin gekommen. In die Plastruin. Und ich bin auch da. Und wir müssen uns vereinen, weil du weißt, ich hasse es. Stimmt, stimmt. Diese Musik. Ups, was war das? Achso. Diese fiese, 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 miese Musik. Ja, genau. Die ist so nervig. Na, das kriegt man schon hin. Das müsste recht schnell gehen, wenn die hier mal endlich kaputt gehen. Ja, ein paar Monster sollten wir jetzt vielleicht doch machen, weil wir haben ja jetzt längere Zeit nicht mehr gelevelt. Das stimmt. Und wir haben jetzt auch wieder einiges, was man leveln kann. Genau. Aber in solchen Räumen, wo wirklich es nicht weitergeht und dann da Monster sind oder so, die können wir ja dann getrost ignorieren. Auf jeden Fall. Gehen wir halt einfach wieder raus. Das ist ja nur zum Gucken, ob da die Kiste drin ist oder so. Ja, wenn wir die jedes Mal wieder killen würden, das würde ja ewig dauern. Mhm, genau. So, was ist oben? Ach, hier oben geht es auch noch weiter. Guck mal, Zombies! Yay! Die erinnern mich an irgendwen. Zombies sind aber lustig. Ja, wir hatten schon mal Zombies. Ja, das stimmt. Augen, oh, ein Im. Nein, aber hier ist eine Tür, also es geht hier weiter. Ich kann mich gar nicht bewegen. Jetzt. Oh, ich kann mich wieder nicht bewegen. So, weg mit dir. Ja, lass uns abhauen. Genau. Okay, okay. Geister, weiter, 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 weiter. Wir rennen durch die Ruinen. Genau. Ja, die Augen sind ja noch halbwegs in Ordnung, aber die, äh... Oh, da ist eine Kiste. Aber die Geister müssen wir halt echt überspringen, dass wir da nicht unsere Mana opfern. Nee, das sollten wir auch nicht. Ich versuche mal eine Kiste aufzumachen. Oh, Level Up. Ui, ui, ui. Hast du denn deinen Level Up auch bekommen? Ich hab das nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Ach, da, gleichzeitig. Zusammen, ah. Ach, wir werden mittlerweile zusammen. 35, wie schön. Eine Kiste. Ja, wir haben eine Kiste gefunden. Bogenorb. Yay, ein Bogenorb. Ein Bogenorb. Es hätte auch was anderes sein können. Aber nee, 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 ist schon in Ordnung. Wieso willst du Geld haben? Hauptsache. Äh, nee, nee, äh, ich hätte lieber eine andere Waffe gehabt, weil ich level den Bogen so ungern. Du levelst ihn ja gar nicht. Naja, so oft zwischendurch. Also, wenn wir den dann mal haben. Je nachdem, wenn meine Axt fertig wird, muss ich ja was anderes noch levelen. Oh, wir könnten ja eigentlich mal eben gucken, oder ich gucke mal eben, wie viel die Waffe da schon wieder hat, die ich da gerade anhabe. 78. Okay. Ach, dann wird's ja bald. Ja, und bei dir? Komm, Auge. Moment. Level... Das war, glaube ich, richtig. 51 erst. Okay. Dabei hau ich die ganze Zeit zu. Oh, Mensch. Jetzt lass mich wieder drauf bauen. Oh, nicht Kraftwasser. Ich glaube, wir müssen erstmal das komische Auge hier platt machen. Ja. Nein. Du bist süß. Nein. Ja, ich bin süß. Wieso erwische ich das nicht mehr? Jetzt. Oh, endlich ist es kaputt. Gott sei Dank. Nur noch die anderen Augen. Yay. Yay. Sie ist jetzt auch level 35. Nur, das geht doch wie geschmiert. Ja. Läuft. Da. Das Auge ist auch kaputt. Oh, ja. Ist sogar zweimal kaputt gegangen. Aha. So, jetzt können wir hier wieder durchmarschieren. Durch, durch, durch. Und hier auch ganz schnell durch, bitte. Autsch. Ich hasse diese kleinen, doofen... Imps. ...westenvieher. Ja, ja, die sind nervig. Ja. Ähm, ja, da haben wir auf jeden Fall schon mal die Kiste, die es jetzt hier gab, mit dem Ohrhab. Ich denke halt, wie du auch schon sagtest, dass es wirklich immer nur ein Ohr pro Dungeon gibt. Ja, das ist nicht unbedingt sicher, ne? Ach, Mist. Haben sie die da zur Schneemann-Königin. So, schön weitergehen. Nein. Mein Gott, hier sind aber auch viele. Viele Viecher, ne? Mhm. Wobei, die sind ja noch ganz knuffelig hier. Hm. Die sind nicht so schwer wenigstens. Wobei, dieser, dieser Tomatentyp, den konnte man, glaube ich, auch nur mit Zaubern killen, oder? Mhm. Oder man muss so Glück haben, ihn zu treffen. Mhm. Irgendwie so. Ja. So, wir können ja mal einmal durchgehen und gucken, ob hier überhaupt was ist. Genau. Eine Kiste wieder. Yay. So, uh, okay. Ich sag ja, es ist nicht immer sicher, dass man hier nur zwei Orbs, äh, ein Orbs findet. So, jetzt können wir aber hier versuchen, schnell durchzumachen. Komm, nein! Nein, wieso? Wieso immer auf die Kleine? Echt mal. Die ist einfach zu offensiv, glaube ich. Okay, weiter, 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 weiter. Schnell durch die Tür. Und dann müssen wir jetzt unten mittig. Mhm, mhm, mhm. Woo! Was ist das eigentlich für ein Geräusch, dieses? Ich weiß auch nicht. Ein anderes Sterbegeräusch. Manche explodieren ja auch nur so. Mhm, mhm, mhm. So, das ist so, so, bumm, macht das dann. Genau. Also, wir sollen Hagen finden, der wo angeblich glücklich mit Heidi hier ist. Ja, angeblich ist der ganz glücklich mit Heidi hier. Ja. Mensch, was führen die bloß nur hier für eine komische Beziehung? Eben. Ich glaube, so langsam sieht es so aus, als ob du mit mir zusammenkommen müsstest. Ja, ich möchte mit dir zusammenkommen. Ja, ja. Ich mach dich glücklich. Ich wurde aus meinem Dorf vertrieben. Ich kann schon viel vorweisen. Ja, nee, unsere, unsere Prinzessin hier wurde ja nicht vertrieben aus ihrem Dorf. Die ist ja einfach nur gegangen, um ihren Hagen zu retten. So, jetzt können wir hier durch die goldene Mitte. Wir wollen nicht wieder nach Hause. Nö, nö, nö. Ah, stirb. Yay. Das Auge ist wieder platt. Juhu. Na, ich frage mich, ob die noch irgendwie unter Kontrolle von irgendwelchen Mächten sind. Dass sie deswegen sowas sagen, um unsere Helden, sage ich jetzt mal, zu verwirren und vielleicht noch irgendwie schwach zu machen, damit die wieder umdrehen und sagen, ich kann das nicht, ich halte das nicht aus, das ist so furchtbar. Kann natürlich sein. Oder ob das wirklich so ist. Ah, ich denke mal, das erfahren wir noch. Hm. Oh, Leute, ich bin gleich tot. Oh mein Gott. Oh, jetzt aber schnell. Mhm. Oh Mann, das war schon... Die haben dich ganz schön umzingelt. Ja, das war schon lange nicht mehr so knapp. Ja. Na komm. Die sind aber krass. Die treffen einen, dann ist man irgendwie paralysiert und dann kannst du nichts mehr machen. So. Yay, mein Waffenlevel ist gestiegen. Schön. Was nimmst du denn jetzt Schönes? Ich nicht. Was haben wir denn noch? Ich glaube, da muss ich erst mal in die Liste gucken. Warte mal, also 4 von 4. Okay. Genau. Die Angst habe ich gehört. Ah, ja, den Bumerang hat die Kleine. Ja. Hier wäre noch 4 von 4. Und hier 4... Ja, aber die sind ja noch nicht gemacht. Ah, welche davon wurden denn jetzt noch nicht aufgewertet? Na, ich denke mal, da wo 4 von 5 steht, äh... Kannst du schon machen. Nee, da wo 4 von 5 steht, das kann ich noch nicht machen, oder? Doch, doch. Weil du bist jetzt auf Level 4. Und kannst aber Level 5 werden. Aber doch nur, wenn ich, äh, das upgrade beim Birdie. Und Lanze und Bogen haben wir doch gerade erst gefunden. Hm. Also ist es jetzt hier die Harpune, die wir machen können, oder nicht? Die ist ja 3 von 0. Ah, ja, ja, jetzt, jetzt sehe ich das, genau. Ich dachte, unten in der Ecke heißt 3 von 4 oder 4 von 5, dass du Level 4 von maximal 5 erreichbaren hast, oder so. Aber ich habe jetzt gerade gesehen, dass da nur Orbs steht. Stimmt. Ich stelle mich Harpune hier vorne ein. So doof. Ups. Hola. Ja, Entschuldigung, das war ich. Nicht schlimm. Ach. Und schon wieder. Oh, guck mal, jetzt haben wir alle 3 Blobs hier. Hm. Die sind nervig. Mhm. Im Schnellgegen. Die grünen war, glaube ich, mit Gift, ne? Ja. Und rot ist mit diesem Feuerwackelzeug. So. Wir sind fast da. Yay. Oh, cool, der ist benebelt. Der ist auch benebelt. Oh, guck mal, die küssen sich. Die kam, die kam, sie fliegt. Oh. Wie knuffelig. Ach, die, guck mal, die haben wir ja schon ewig nicht mehr gehabt. Doch, im Feuerpalast. Die hatten wir ja schon ewig. Echt? War das im Feuerpalast? Ja. Hm, habe ich gar nicht so drauf geachtet. Ich dachte, das ist letztes Mal in diesem Wald, bei der Hexe. Nee. Naja. Den Feuerpalast hatten wir so auch. Mhm. So, und was haben wir jetzt hier? Nix. Äh, anscheinend gar nix. Voll. Hat sich ja voll gelohnt. Äh, ja. Na, komm. So. Die Kleine in Ruhe. Eben. Hä, ich glaube, die ist sehr gut, ne? Nee. Doch, jetzt. Irgendwie komisch. Normalerweise hat die doch immer so eine ziemlich sichere Trefferquote, die Axt. Hm. So, jetzt. Das wird schon. Ja. Das wird schon werden. Ich schaffe das. So, wo müssen wir eigentlich hin? Immer weiter geradeaus. Äh, okay. So, und hier einmal durch die Tür gucken, ob da was ist. Nein. Keine Plops. Oh, yeah. Waffen-Level von Maike ist richtig. Nee, nee, nee. Dann werde ich da mal eben nachgucken. Ja. Also, Lanze und Metall-Dingens. Wir könnten ihr jetzt, äh, die Klaue geben. Ja, würde ich machen. Da hat sie gleich die Klaue weg. Ja. Die Klaue ist nämlich doof. Mhm. So. Wobei der NPC immer ganz gut mit denen umgehen kann. Hm. Oh nein, da ist so eine blöde Mücke. Nicht mehr lange. Yay, der ist aufgestiegen. Dann kannst du jetzt, ähm, was anderes nehmen. Genau, ich gucke mal gerade. Und zwar... Wahrscheinlich den Bumerang. Ich könnte... Ja, das ist ja klar. Den Bumerang. Die Schuppen-Axt habe ich jetzt. Bumerang. Nein, ich will nicht. Also, ich könnte... Ähm, ja, das nicht. Ich könnte die Harpune machen. Die hast du aber gerade, ne? Mhm. Den Bumerang kannst du noch machen. Ich könnte... Weil die beiden sind noch nicht geupgradet. Ach, Mist. Okay, ich mache den Bumerang. Ah, okay. Na komm, Bumerang. Sei mein Freund. Das wird schon... Wird schon werden. Ja. Zur Not bist du ja auch noch da. Genau, mit meiner Harpune ist ja auch so viel besser. So. Aber wenigstens haut unsere Kleine hier noch drauf. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber die Harpune ist ja gar nicht mal so schlecht, wenn man trifft. Ja, wenn man trifft. Ein Bom-Bom. Oh, er ist kaputt. Okay. Ja, die Stacheln, die müssen weg. Ja. Mit Axt oder müssen wir... Nein, dafür müssen wir einen Schalter finden. Okay. Ja, nicht überall kommt man mit roher Gewalt weiter. Manchmal sind es Knöpfe, die man drücken muss, damit aktivierte Sachen nach unten fahren und wir weiter können. Wenn wir erst mal weiterkommen würden hier... Hier ist ein Sackgasse. Ich hoffe, wir müssen nach unten. Ja. Ach komm, das Auge machen wir noch platt hier. Wenn wir schon mal angefangen haben. Wenn wir mal treffen würden. Hallo? Unglaublich. Total verzweifelt, ey. Lass uns erst mal hier lang gehen. Mhm. Er ist benebelt. Der ist tot. Juhu. Yay. So, okay. Hier unten geht es nochmal lang. Mhm. Scheinbar. Da gehen wir auch durch. Mhm. Oh, schon wieder Wolken und Plops und so ein Zeug. Ja, und Plops. Ganz blöd, ganz blöd. Ach, Fledermäuschen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Keine Sorge, ich habe voll den Durchblick. Okay. Nicht, aber egal. Nein, doch, das geht. Mhm. Es ist weird. Au, ich dachte, das bist du. Dabei war das der Gegner. Die Gabel sieht fast aus wie deine Harpune. Oh, oh. Na komm. Oh, oh. Endlich mal platt. Nee, ich muss erst heilen. Ach, naja, ist ja gar nicht so schlecht, dass ich heilen muss. Dadurch kriegt der Zauber auch direkt ein paar Pünktchen. Eben, genau. So, die Blinde ist weg. Und auch hier die... Meine Güte. Oh, stirb. Also wirklich. Wieso muss ich immer erst sagen, stirb. Und dann tun sie es. Stirb. Okay. Aber mit dem Pumarang, das ist ja echt krass. Da ist der Schalter. Oh, verdammt. Okay. Ja. Okay, wir haben ihn gedrückt. Schnee mit raus. Entsetzungsgeräusch. Raus, hier raus, hier raus. So. Ich wollte gerade sagen, ach, die Kleine kommt nicht hinterher, weil sie ein Schneemann ist. Aber da ist sie schon aufgetaut. Genau. Ah, immer die hier. Ach, nein. Lass es nach unten erstmal gehen, bis sie wieder normal ist, bevor wir hier irgendwie sonst noch was abkriegen. Jetzt. Zweiter Versuch. Oh, Mann. Nein. Okay, jetzt bleiben wir aber hier. Sobald ihr auftaut, müssen wir laufen. Hops, 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 hops. So, das hätten wir mal hier rum. Da unten sind jetzt die Stacheln weg. Da müssen wir jetzt hin. Also Treppe runter. Boah, ich mag das nicht, wenn die Wolken so flimmern. Ja, das ist ganz komisch. Da bin ich auch immer ganz verwirrt. Aber sind wir nicht eigentlich in einem Gebäude? Wie können hier Wolken sein? Nebel. Das Gebäude ist so alt und ranzig. Hinter euch ist deine Tür erschienen. Oh, warte, warte, warte. Ah. Wir gehen erst oben durch die Tür, wo die Stacheln waren. Stimmt. Ich glaube, das hier ist schon die Tür, die uns zum Big Boss bringt. Ja. Ach, komm. Sind die Stacheln schon weggegangen? Ja, ich glaube, ja, oder? Ja. Ah, gut. Weil hier könnte ja eventuell noch was sein. Das stimmt, eine Kiste. Yay. Mit einem Orb? Vielleicht. Ich nicht. Ja. Schwert Orb. Wow, okay. Wieso, wenn wir den verpasst hätten? Das ist schon die dritte. Wäre so schlecht gewesen, wenn wir den verpasst hätten. Hm, das stimmt. Na, komm. Ja. Stirb doch mal. Der will nicht. Doch jetzt. Sehr schön. So, jetzt können wir zum Big Boss marschieren. Genau. Wir marschieren durch. Mit Boomerang. Yay. Ja, und Harpone. Yay. Toll. Die Kleine. Die Kleine ist unsere Hoffnung. Die Kleine muss mitkommen. Komm jetzt. Komm doch mal. Junge, Junge, Junge. Die ist so scharf drauf, da jemanden einst überzubraten. Ja, da fehlt dann... Ach nein. Da fehlt dann manchmal so der dritte Spieler. Ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich schade, dass man hier nicht wirklich zu dritt spielen kann. Über den Emulator. Ja. Das ist wirklich schade. Aber was will man machen? Ja. Ach, wir haben es jetzt gleich geschafft. Genau. So viele Räume. Oh, gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Gleich, gleich. Oh Mann. Das werden immer mehr Monster. Ja. Immer mehr Räume. Immer mehr Monster. Oh nein. Lass mich weiter. Okay. Okay, das wird schwierig mit der Kleinen. Ja. Hier rumzulotsen. Oh nein, die stirbt gleich schon wieder. Oh weh, oh weh. Und meine HP ist dann auch immer irgendwie so niedrig. Oh, sie ist rum. Schnell weiter. Schnell, 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 schnell. Komm, hier lang. Hier. Warte, warte. Komm, Kleiner. Komm. Hier lang. Yes. Nach oben. Komm, komm. Ohne Kiste. Bestimmt wieder nur Schokolade oder sowas. Ja, bestimmt. Oder Bonbon. So, jetzt auf den Schalter treten. Mhm. Und rauf. Supi. Mensch. Ich glaube, wir haben es fast geschafft. Genau, genau. Ich dachte jetzt zwar schon, dass jetzt der Boss kommt, aber egal. Ja, diese Ruine ist ein bisschen größer als die in Pandoria. Genau. Das ist natürlich dann verständlich, dass die Musikerinnen dann irgendwann auf den Geist geht, man sucht und sucht und weiß nicht, wo man lang muss, läuft den Weg, den Weg, hat dann auch die ganzen starken Gegner und ja, und dann halt noch die Musik dazu. Ja, irgendwann kann man sie nicht mehr hören. Ja, deswegen. Warte, warte. Okay, komm. Wir sind jetzt da. Wir sind jetzt gleich da. Okay. So, noch ist wie diese Tür. So, Gott. Endlich. Ja. Wir müssen aber eigentlich mal den Part kurz. Aber hier ist ein Bosskampf. Ah, aber, aber, na gut. Komm, den Boss müssen wir jetzt noch machen. Okay. Oh, schon wieder so eine Demonstration. Dann kannst du deine Partzeit halt mal nicht einhalten. Na gut. Man cuttet nicht im Bosskampf. Doch, das ist ein Cliffhanger. So, okay. Oh, schön. Wir schmeißen da jetzt einfach ein paar Schlammbomben drauf. Schlammbomben sind immer gut. Mhm. Yay, Schlammbomben. Beim letzten Mal ging die auch ganz gut zu klein noch. Mhm. Ich meine, nach dem Bosskampf ist es ja leider nicht vollendet mit der Ruine. Ja. Da kommt nämlich dann noch ein Boss. Aha. Ich weiß nur nicht, ob direkt danach. Ich glaube, wir müssen dann erst noch ein bisschen laufen. Ja. Von daher. Ja, das passt schon. Jo. Yay. Na ähnlich. So kaputt. Und irgendwas war jetzt wahrscheinlich gelevelt. Mhm. Also es hat sich so angehört gerade. Ja, vielleicht ein Level up. Ja, das kann sein. Wenn, dann steht das auch gleich noch da. Mhm. Juhu. Juhu. Yay, wir haben es geschafft. Und weiter geht's. Peitschenorb. Oh yes, Peitsche. Das ist schön. Ja, Maika. Maika reicht Level 36. Anis ebenfalls. Und Ryu ebenfalls. Yay. Juhu. Okay, dann werden wir mal an der Stelle gerade den Part beenden. Und wir sehen im nächsten Part, was für ein zweiter Gegner uns da erwarten wird. Und wie es dann weitergeht. Was Hagen zum Beispiel macht. Und Heidi. Also, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.